Erhöht die Abklingzeitrate deiner Gansergenfähigkeit? Was ist denn das? Erhöhen ist doch voll unnütz. Naja. Ich habe jetzt noch holen, äh, Schüsse. Egal, ist egal, egal. Egal. Haben rein. Äh, ich find's gut komisch. Ich krieg momentan keine Baddest-Token-Punkte-Dinger mehr, gell? Ja, wenn du keine Dinger mehr freischaltest. Ich bin zu gut. Also, boah, ich muss jetzt noch kurz zu dem einen, äh, Iridium-Verkäufer kaufen. So, Nico, warte kurz mal. Ich lehste kurz mal vor, dass meine nächsten Skills so sind, die ich freischalte. Ich hab grad freigeschalten, erhöht Magazingröße und Nachladegeschwindigkeit aller Waffen. Plus 20% Magazingröße und 25% Nachlade-Speed. Jetzt hab ich, ähm, das nächste war dann Helios, einen Feind ins Facelock genommen. So löst es eine Feuerexplosion aus, die bei allen Feinden in der Nähe Schaden verursacht. Das andere wäre, fügt im Kämpfe um dein Leben-Modus allen abgegebenen Schüssen Feuerschaden hinzu. Oder erhöht die Chance, deinen Feuers, Schock, Korrosions- und Slack-Schutzwaffen Schadeseffekte zu verursachen. Ja. Dann hätte ich noch sowas, ähm, hier. Deine Nahkampfangriffe verursachen zusätzlichen Feuerschaden, außerdem löst, wenn deine Schilder aufgebraucht sind, eine Feuerexplosion aus, bei denen deine Schaden zufügt. Das ist halt so ein Nova-Schaden, der aber von mir ausgeht. Mhm. Auch geil, Todeswolke. Schüsse auf deine Feinde, erzeuge eine wabernde Säurewolke, die Feinde bei Kontakt anhalten, Säureschaden zufügen. Zu schwach. Dann, äh, Sensenmann. Du verursachst erhöhten Schusswaffenschaden bei allen Feinden, die noch über mehr als 50% ihrer Gesundheit verfügen. Nett. Feuer... Feuerphönix. Durch das Töten eines Feindes verursachst du für kurze Zeit anhaltend Feuer- und Korrosionsschaden bei Feinden in der Nähe. Okay. So, das letzte ist Verwüstung, Action-Skill-Steigerung, Facelock-Select alle nahen Feinde nun und verursacht bei ihnen Elektroschock und Korrosionsschaden. WTF, Alter, das ist krank. Ey, gib dir mal kurz mal ein Aussehen, ich könnte jetzt Rennfahrer werden. Wir werden grad beschossen. Nee, werden wir nicht. Doch, schau mal nach oben. Das Ding wird die ganze Zeit beschossen. Wo bist'n du? Neben dir. Haha, Lord. Ich könnte jetzt Rennfahrer werden, ne? Ich find' diesen geilen Hornkopf einfach geil. Wohl Topcard natürlich auch geil, das wär' ich so richtig so der Dealer. Boah, Alter, nee, ernsthaft. Was? Wenn ich jetzt... Ich hab, äh... Ich hab, äh... Guck mal... Guck mal kurz hier. Die Fresse. Boah, Alter, wie schlecht ist das denn? Guck's, guck's dir mal an. Ja, guck's mal. Kann gar nicht. Ich hab so ein Muster aufm Gesicht. Ich hab auch ein Muster aufm Gesicht. Boah, geht gar nicht. Da, den hab' ich mir gekauft, dann will ich den auch tragen. Nico, schau' mich mal an. Hoppa. Ja, sieht dir, sieht voll, äh, sieht dir voll ähnlich aus, Alter. Ich hätt' noch den hier. Schau' mich an. Ja, den hab' ich nicht gekriegt, find' ich voll richtig scheiße. Können wir noch mal holen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich such grad' die Farbe aus, irgendwie sowas. Was nehm' ich denn noch mal? Ja, ja... Welche Farbe magst du gar nicht? Ich weiß, dass du wieder nimmst, schwarz. Egal, passt jetzt. Komm, dreh dich mal um. Nico? Ja. Auf geht's. Auf geht's. Titten! Zu Koks, Reichtum, Noten und Macht. Hast du deine Punkte auch gut ausgegeben? Deine Iridium-Shit-Punkte da? Meine Iridium hab' ich noch gar nicht benutzt. Ich hab' noch... Ich hab' noch 120. Ich muss warten, bis ich 150 hab'. Ich hatte 180. Ich hab' mir grad'n größten Rucksack geholt. 150er Rucksack geholt. Ja, auf den warte ich noch. Aber ich hab' mir vorhin ein paar andere Waffen noch gekauft. Größere Waffenmagazin und so weiter. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Deine Mutter kommt nach 200. Nee. Fuck Logic. Ich laber' einfach mal durch. Boah, du Huren! Ah, ich muss eine neue Tastatur kaufen mal demnächst. Du Huren, ich brauch' eine neue Tastatur. Da, catch a ride. Catch a dick. Das ist der nicht. Daneben. Verdammt! Komm, steig ein. Alter! Der Panzer hat sich so fucked, du. Komm, steig ein. Ich warte hier extra auf dich. Wo bist du? Auf dem Auto. Hol' mich mal ab, du Mongo. Alter. Ich warte hier extra auf dich. Fahr, 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 fahr. Oh Gott, wir werden alle sterben. Hast du keine Ahnung, wohin müssen? Du kannst schon mal einen abfeiern. Nee, aber ich glaub' nicht warum. Eingeparkt! Guck mal auf die Kadde mal. Nach vorne. Fahr da auf die Straße bleiben. So, jetzt links. Über die Brücke, über die Brücke, über die Brücke! Da muss ich doch fahren. Jetzt kommt diese Frage, welche Brücke? Ich lauf' lieber. Und da hinten ist unser Eingang. Hier? Einmal aussteigen, ja. Kommt rein. Wo ist denn der Eingang? Hier. Da. Da sind die Schamlippen des Eingangs. Punkt! Achtung! Aua! Aua! Tun ja echt weh. Bisschen scheiße, ich kann irgendeine Snipern. Sniper-Skill und so, ne? Hast du was? Ja, ich baller grad den Sniper rum sogar. Boah, Alter. Nee, ist ein bisschen lame, Alter. Kommt. Juhuuu! Ja, man zauern ist gleich am Hals, oder? Tja. Oh, Loot. Das hat weh getan. Looten! Alter. Jetzt bin ich daran alt. Seist du als Arzt, wenn du einer schwangeren Kaiserschnitt verpasst. Ich würd's so fein. Erstmal looten. Boah, Alter. Laufen uns welche hinterher. Oh, da ist einer mit Schild. Wo? Ein super badass Brutalizer. Der gefällt mir gar nicht. Alter, der macht richtig Damage mal wieder. Ist gleich tot. Ja, nachladen. Das heißt, ich liege am Boden. Er guckt mich aber trotzdem an. Aber weg mit dem. Da hab ich mir vorgenommen, weniger zu sterben. Dann kommt er hinter mir. Taucht noch. Er kommt hinter dir. Ja, richtig eklig von dem. Er kommt dir sozusagen in den Rücken. Julian? Was? Halt's Maul. Wir schlucken. Manchmal, manchmal, ähh… Manchmal, manchmal… Oh no! das 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 ja das die ist übermacht auf der Karte die sollten nicht zum feier oder du siegeln halt nicht raus Kammerjäger das ist eine Sache zwischen den Bloodshots und dem Firehawk sobald meine Jungs seinen Arsch hergebracht haben wird er für jeden getöteten Bloodshot büßen wir werden ihn an seinen eigenen Eingeweiden aufhängen ja das war ein bisschen überdeutlich er ist mir zu freundlich aber Julian hast du dir das Bild von der Mann geguckt wenn die da redet die macht hier so Porno-Pose ich bin so geil guck mich an ich bewege die Lippen nicht und kann aus dem Reden ja Nico nur so so wie ich dich kennen würdest du sie Telefon ja ich würde sagen halt Small Julian weg Leute er ist hingeflogen ich kann mich schon gefunden an wo der ist ich kann mich schon gefunden an wo der ist ich muss hier sogar taktisch kämpfen ich muss hier sogar taktisch kämpfen ja ok okay aaaaah aah was denn oh Alter die machen schon irgendwie Schaden ne wir haben den Goliath gerade den Kopf weg geschossen So weg mit dem. Boah Schnellschuss-Sniper ist einfach so was von geil. Nico, du kommst ein Goliath hochgerannt. Ja ja mach das. Wo denn? Da hinten? Ist dort. Ach da. Alter. Äh lol da leckt einer gerade rum. Er hat keine Waffe in der Hand. Und stand da gerade in die falsche Richtung und guckt einfach rum. Hast du gesehen? Ja. Ich fand dies amüsant. Ich hab's nicht gesehen, ich war hier gerade am SMS-Schreiben. Das ist ungewöhnlich. Der Firehawk hat die Bloodshots längere Zeit schikaniert. Aber sie haben nie zuvor einen so umfangreichen Angriff auf den Firehawk eingeleitet. Ich freue mich, warum sie sich so sicher waren. Weiter so Bloodshots! Dieses Demontion! Geben wir die Kacke ein, an dem er sich mit uns ran legte! Der Firehawk wird an seinen eigenen Verteilen ersticken! Alter. Uhhh. Alter. Kommst du mal hinterher? Ne, ich kille gerade gerade mit dem Viecher und den Blanc dazu. Ich bin im Arsch. Formbo bist du, oder was machst du? Hier kommt gerade Respawn. Was? Warum bist du denn gestorben? Nein, der Respawn, der kommt komplett mit dem Gegentier, kommt gerade rein. Drendern, meine. Wie meinst du? Die ganzen Leute kommen nochmal? Die Respawn noch nach Zeit. Oh. Boah. Dieser super badass, äh, tut dein Neck so mega an. Kann man dem Schild nicht wegschießen? Ja komm, lass den Knack werfen. Der kassiert jetzt erstmal ordentlich. Ja, warum auch nicht, ne? Aber leck mich, Alter. Komm. Ich mach mir die Sache mal ein bisschen leichter, ne? Ich hab ihn mal ein paar Mal mit dem Ding draufgeballert. Ich hab ihn mal ein paar Mal mit dem Ding draufgeballert. Ja, ich hab ihm gerade acht, äh, Muni raufgeschossen, die drei, äh, 7,5k gemacht haben, äh, dreimal. Jeweils. Also, äh, also halt, keine Ahnung, 30.000, irgendwie sowas halt. Äh, nenungen Mannberg und 11.200 x 3, eh? 22.500. Oh, los. Ja. An alle alte Genies jetzt nachrechnen. Viel Spaß. Du solltest lieber abbauen. Mich aber nicht. ich habe mal doch kurz ab mach du mal kurz wenn ich finde es hier doch ein wenig ungemütlich jetzt bin ich bin ich doch wieder gemütlich hola ich ziehe nur richtig schlecht mein Gott ich muss noch was klären für irgendein Amt immer macht er irgendwas während der Aufnahme dieser Julian geht gar nicht du denkst der Feierhawk hat Roland was ich hörte der Feierhawk verflüssigt Banditen und Träns in die Fleischsmoothies aber nein ich sage schnitt als 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 als